hier wieder was damals nicht die versuchung die erste kommandante ist wissen wir jetzt ach verdammt die kommandanten finden ist unten der kommandant doch nicht und wo dann damit das so und wo dann damit das so und 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 wo ist der verdammte kommandant jetzt habe ich wieder schon keine energie verdammt der laser typ der ist ein bisschen der hat mich aus dem leben genommen den zweiten kommandanten haben wir noch nicht gefunden hä muss ein bisschen weiter hinter sein was zum aaah aah 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 nee dieser typ muss noch vor allem von hinten nehmen scheiße man ok ok scheiße 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 heilung heilung irgendwo gibt es keine heilung panzerung 20 leben ist das schwer ich renne mal hier ein bisschen durch zum alten american bank gebäude dort haben sich horten und seine leute verschanzt finden sie sie gewinnen sie für unsere sache die american bank als wäre der dollar noch was wert ok ok Ich rechne uns die an. Zwangsöl magieren Oh scheiße, 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 scheiße Das war schlecht Irgendwo Heilung hier Hier ist Heilung Verdammte Banken müssen wir finden Da müssen wir hin Wie kommen wir da hin Hier nicht Bewähr mir Ich kann die Tragödie nicht rückgängig machen Aber die Verantwortlichen bestrafen Das war eine blöde Idee, so eine blöde Idee Das ist ein Schießungskommando, aber schießen Wir müssen es nicht, ja Die kommen nicht ungeschützt er ist down habe ich auch fast wie wir es mit einer abkürzung durch dieses gebäude wenn es eine heilung gibt auf jeden fall hier sind wir mit einer abkürzung hier sind wir mit jetzt dieses video, ich tue mal jetzt dieses kraftwerk das stellen wir gerade haben oder? das würde ich sagen, besseres magazin das geht das geht das geht das geht das geht alter der hund kommt noch nicht mal zu beißen der stand auch schon bereit das geht ach du trick umheilung dringend bin ich tot? alter Schwede das war ja eine Nummer umheilung interessant interessant das ist 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 ich glaube es ja nicht die 120 das geht jetzt wieder zurück auf 100 aber das ist 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 was zum was haben die hier für waffen wie kann denn das sein der trifft nämlich zweimal mit einem gewehr und ich bin tot was haben die hier für sie flächen und zum aber irgendwo 15 schuss haben Ich bin jetzt da ein bisschen aufgerissen. Und die lebt noch. Was denn? Ich sehe nicht wo und wie und was. Ich höre drei Schüsse und bin tot. Alter Schwede. Was? Wie? Ich muss wieder in den Schwierigkeitsmodus runterstellen. Jetzt habe ich hier drei Schüsse und bin tot. Ich meine, das ist realistisch, aber nicht den Wolfenstein. Was soll denn der Scheiß? Besserungskitzung. Zweitig. Moment, ich habe gespeichert. Ich quere die große Raddorf. Do this thing. Was zum Henker? Ich hatte gerade noch 40 Schaden und da ist es... Habe ich aus der Sicht auch schwer gestellt oder... Um das zu wissen... Nö, eigentlich... Ich meine, das finde ich eigentlich selber blöd, sagen wir mal aus dem Protest jetzt hier einfach mal... Ich meine, was ist da los? Schießt mir zweimal die Lücken an den Rücken... Ich bin mir von der Sonskitz. Ich bin mir von der Sonskitz. Ich bin mir von der Sonskitzel und ich bin mir von der Sonskitzel und nachdem ich heute noch hab' ich mit demschreiben... Energie, das muss doch irgendwie reichen. Da müssen wir eigentlich hin, dort hinten müssen wir hin. Das ist ein anderer Kommandant. Brückenkran anschmeißen. Aber wie? Komm, verarsch mich nicht, wir spielen auch leicht. Das ist ein anderer Kommandant. Keine mehr zuhause. Das war auch auf der Normalstufe nicht schwer. Es waren nur ein paar Wachen. Ich fand sie ungemessen übertrieben, dass sie mich sofort in die Schulter geschossen haben. Drei Schüsse und ich war tot. Okay. 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 War knapp. William, ich weiß nicht ob das normal ist, aber die Schwangerschaft macht mich ein bisschen ... naja ... aufgeregt. Oh Gott, hören mich alle auf dieser Frequenz? Ja. 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 Max Haas. Okay, ich werde mal wieder ... So ist ein Intrigo. Ich habe einen Knacken. Was war das denn mit? Das waren die Dinge, die mal runterkommen, die wir mal schiffen konnten 40 Energie, ich würde hier gern Heilung finden Warum nimmst du noch? So fick Aber die Scherz, da gibt es nichts Wo bist du noch hin? Komplexe, die müssen wir noch verlassen Was halten die hier mal aus? Ist doch nicht wahr Äh, ich hätte gern Scheiße, Mann Ich bin mal am Arsch Vielleicht auch schon unter Schnupf Hey, liebe Scheiße Wo bin ich hier? Ja, Hilfe Ich habe absolut nichts mehr gesehen Wo, um alles in der Welt zu mußchen Ich bin da nicht Ich bin da nicht Ich hasse dich auch in der Gämpfe Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es Ich hasse alles Ich hasse alles Ich hasse alles Das war ja gerade lächerlich Das war ja gerade lächerlich So kann es auch gehen, wenn man vielleicht voller Energie hat, aber Leidige Scheiße Mit der Waffe wird das wohl nix Mit der Waffe wahrscheinlich ja Ich bin in der Welt aufgewacht Ich bin immer vielleicht so Ich brauch Heilung Gingend Der ist da unten. Ich bin auch da unten. Der steht wieder auf. 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 Der steht wieder auf.